hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von mist survival ja wir sind hier in unserem schlafzimmer und ich muss jetzt gerade mal gucken was eigentlich der letzte stand war wir können hier glaube ich da wird destilliert okay wie ist da der stand 0 ein tag dauert es noch okay da sind wir gerade am wasser machen sehr gut und wie schaut das hier so sonst aus da haben wir acht so die flaschen packen wir mal dorthin muss ja mal das ganze ein wenig leer machen das inventar sofern das geht da haben wir getränke nehmen wir mal mit da haben wir auch noch flaschen ich packe das hier mal dahin weil ich gerade sonst nicht weiß wo sonst hin damit das hat man doch hier noch genau sehr schön das ist eigentlich auch noch das hatten wir da ist gerade ein bisschen durcheinander hier alles zucker dann machen wir den doch mal darüber so war da eigentlich auch noch platz nein dann packe ich aber das da raus die hier rein den da mit dazu hier mit dazu so die machen wir dann da noch mit rein das können wir noch mitnehmen dass wir was zu essen dabei haben was ja auch nie ein fehler ist so die packe ich mal dahin die auch und die können wir zumindest drei dahin tun oder mal kohle dann machen wir das so packen wir die da mit dazu und dann kann ich das da mit rein machen so das passt dahin das passt da nicht dahin so okay so wir könnten jetzt noch mal wieder auf tour gehen guckt euch das an ein geländewagen schick ja es hat updates gegeben und der hat noch mal mehr platz im kofferraum als wir müssen den hier oh unser ist auch ein geländewagen geworden ok 19 wir brauchen motor und eine zündkerze auf jeden fall dabei so schick schick gefällt mir besser als der kombi muss ich ganz klar sagen zündkerze aber nicht hier da war das doch motor brauchen wir auf jeden fall mit batterie nehme ich noch mal mit und zünder heide bim bam zündkerzen machen wir die zwei mal rein damit sollten wir auf jeden fall hin und zurück kommen so schick 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 ja da hat sich also einiges getan ich weiß nicht was sonst noch an updates da war da bin ich gerade überfragt da war der kofferraum leer naja da ist auch nichts drin jetzt gucken wir gerade noch in den da messer ja hier sind einige teile wieder nachgespawnt was ja schon mal kein fehler ist jetzt können wir gerade hier auch noch mal gucken hat der was hinter der haube nein ok schick 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 ja da ist deutlich besser als unser kombi was machen unsere teile hier da ist wirklich einiges wieder nachgespawnt do it 85 prozent das braucht noch ein bisschen 100 prozent collect 100 prozent inventar ist voll wir könnten schokoriegel essen so dann können wir nämlich ein bisschen mal was kräften und gerade gucken ob es hier auch noch irgendwie schickes material gibt das ist der holzklotz da kann man glaube ich besser holz mit spalten ne wenn ich mich nicht ganz vertue war da was drin ne ähm okay zündkerzen schmelzt hier auch mit sicherheit nicht ein ähm juckt wir gehen mal ins sichere heim bevor wir hier so ähm was konnten wir denn noch kräften small cabin wollte ich nicht stuhl stuhl chair tisch use for placing items or at high to some items such as okay dann haben wir das kabinett ist auch neu small container security lock fallen gibt es noch keine so was haben wir hier workbench die haben wir die säge haben wir auch glaube ich repair bench die ist neu oder tools weapon repair station okay das heißt wir bräuchten sowas fun furnace station to smelt war metals to inn das brauchen wir also für waffen okay also seine repair station brauchen wir unbedingt das heißt wir brauchen zwei zahlenräder acht metal und zwei solche packen wir aber nach oben drehen drehen kuh so start bild paar sachen haben wir ja die können wir dann noch entsprechend nutzen so das heißt wir brauchen zweimal stahl und zwei zahlenräder haben wir haben wir irgendwas stahl ähnliches was wir einschmelzen können was wir einschmelzen können ich hatte doch ach so das haben wir jetzt da alles verbraucht war hier noch irgendwo was da haben wir noch einen motor den pack ich gerade mal hier rein weil dann können wir den hier rüber tun so da hatten wir auch noch eine zündkerze die können wir auch mit darüber tun so wo haben wir denn hier da haben wir werkzeug da haben wir messer hatte ich das da mit reingetan wahrscheinlich ach da haben wir okay dann können wir mal die einschmelzen dass wir da wachen kriegen meld materials so ach so vier kriegen wir okay vier reichen dann brauchen wir nicht mehr einschmelzen das ist glaube ich ganz gut was können wir hier oder brauchen wir auch noch mal vier gut vier reichen nicht machen wir weitere vier können wir die auch einschmelzen die komponenz wobei das will ich jetzt gar nicht so und dann können wir hier nämlich zahnräder machen wir brauchen zwei zahnräder dann brauche ich noch mehr material dann müssen wir noch mal zwei komponenz holen zwei wo haben wir sie denn wo haben wir sie denn da split one ne split half so vier brauchen wir dass wir da noch zwei weitere barren kriegen mathematik mathematik meld so wir brauchen noch ein paar minütchen dann haben wir unsere barren zusammen sehr schön jetzt kann ich gerade mal gucken b war das ne was konnten wir denn noch cooking pot dry water generator trash bin ah use for remove unwanted items ok da hatten wir genau zwei zahlenräder brauchen wir die sachen haben wir schon ferneis 18 steine müsste man auch noch unten reloading bench für die waffen da brauchen wir bronze ok bronze ist so eine sache ne da haben wir nämlich noch gar nichts in der richtung das heißt aber es müsste es jetzt auch geben oder so was haben wir hier hühner stall bretter davon blätter da könnten wir dann hühner züchten das gäbe dann ah ja kühlschrank da brauchen wir was strom für strom ist so eine sache ne ähm was konnten wir in der workbench alles machen äh so da hatten wir leder ich weiß jetzt gerade gar nicht ob ich das brauche äh so das könnte nur mit leder machen zwei leder kriegen wir zusammen zwei leder ist dann machen wir doch glaube ich eher das hier mit einem slot mit zwei slots hm vier leder für boots also eins für mal sicher leder brauchen wir müssen wir verarbeiten dann craft yourself jetzt haben wir nur eins gemacht ne war ja wenig intelligent ähm so jetzt haben wir zumindest schon mal leder wo 16 und drei von den suing kit brauchen wir wo haben wir suing kit suing ich bin mir sicher wir haben das irgendwo jetzt gucken wir aber grad mal noch unser metall hier so äh einmal zweimal kann man das jawohl zweimal sehr schön so dann können wir zwei zahnräder machen und hoffen dass jetzt nicht der nebel kommt und wir kleines problem mit den zombies kriegen oh oh genau das wir sind überhaupt nicht da so nägel brauchen wir haben wir nägel weil sonst haben wir bei zeiten hier wieder zombies drin ähm muss das grad mal raus tun na da haben wir die auch so ähm repair so so brauchen wir noch mehr ähm so so Inventar ähm Inventar Oh ich benutze hall sä ich benutze also über läsch inventar da wird jetzt brauchen wir erst rechtholz ich habe das gefühl die werden aggressiver und wir brauchen nägel können wir nägel hierher stellen könnten wir wenn wir das material da hätten aber immerhin ist der nebel jetzt rum halleluja so das wollte ich eigentlich so das können wir gerade fertig machen so nägel da machen wir mal ein paar so und reparieren das hier gerade weiter so und das heißt wir brauchen auch noch mehr holz aber ich muss ja den anderen auch noch machen so den in dem in der küche ja jetzt gehen sie langsam aber sicher doch gegen uns vor wenn die uns da irgendwie entdecken so das hätten wir wird dunkel stamina was sagt unser oh wir haben Durst wir haben Durst und wir haben Hunger ja Durst brauchen wir nicht aber wir können gerade until enough dann haben wir das auch erledigt so und jetzt können wir unseren köcher hier machen zumindest den einfachen wir brauchen noch Bandagen 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 Drei nehmen wir mal den mit oder halt die ihr wisst schon ihr wisst schon so Kraft oh wir sind verletzt klick gear to upgrade dann brauchen wir holz teile und zahnräder ja zahnräder zahnräder sind unser problem so inventar kann ich den jetzt equip sehr schön dann heißt wir können jetzt pfeile und bogen machen und damit auf jagd gehen still und leise ähm was brauchen wir für pfeile sticks glaube ich federn pfeilspitzen federn und pfeilspitzen und pfeilspitzen machen wir oh die sind natürlich besser aber aber so sticks brauchen wir erstmal ich hätte gleich zwei machen sollen ich hole Fritte so haben wir noch mehr ja so dann machen wir schon mal sticks dass wir das soweit erledigt haben pfeilspitzen können wir nicht hier machen bogen habe ich doch oder brauchen wir ein flashing vier seile ähm vier seile jetzt muss ich gerade mal gucken ne bogen haben wir nicht aber wir haben einen pfeil die müsste müsste ich doch oh wir bluten ähm vielleicht sollte ich mich mal verbinden status das wäre mit Sicherheit mal kein fehler harvest was ist harvest das nicht status equipment so kann ich den damit der ist equipped add arrows so da können wir pfeile reinpacken das ist doch schon mal was ähm was wollte ich denn jetzt sticks haben wir seile brauchen wir noch für seile brauchen wir rinde glaube ich seile wo mache ich denn seile da nicht da lashing blätter und rinde wir haben glaube ich beides nicht blätter haben wir federn haben wir auch sehr schön rinde fehlt aber noch da können wir das mal hinpacken oder hätten wir auch noch zwei eisen gehabt da können wir den noch mit hinpacken den nehmen wir wieder mit streichhölzer medizin die können wir da hin machen kann ich die stacken nein leider nicht da haben wir jetzt drei stück von ok so dann können wir aber wie spät haben wir denn 20 uhr dann machen wir gerade noch mal einfach mal ein blick was wir für pfeile brauchen einen dann melden wir die noch mal und gucken mal wie wir hier jetzt dazu brauchen wir so einen hier ja da ist doch einiges hinzugekommen machen wir gerade noch mal ein blick was wir hier eigentlich machen können kann ich den hier reparieren kann ich den hier reparieren kann ich den hier reparieren 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 was brauchen wir denn da das ist hier die frage car battery muss ich da irgendwen hinzufügen oder wie funktioniert das ok 6 holz 12 davon und 2 davon ok so viel dazu 451 habe ich alles nicht da ok motoren können wir nicht reparieren das ist schade zündkerzen auch nicht ok ok gut workbench das wollte ich jetzt gucken ich weiß es gerade nicht mehr jetzt können wir mal gucken müsste eigentlich mit ein bisschen glück das metall hier fertig sein so pfeilspitzen jeweils 4 das heißt wir haben jetzt 8 haben wir 8 pfeile das ist doch schon mal ein bisschen was da sind sie ok dunkel 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 ich sehe nichts ähm federn haben wir ja sticks haben wir das heißt ich müsste doch eigentlich 2 ok an den federn hapert es noch aber wir haben schon mal wieder 2 und die können wir jetzt auch auch add arrows 3 sehr schön die kann ich stacken perfekt ja dann brauchen wir noch federn ja jetzt gehen wir aber erstmal pennen ich sage vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste mal wieder mit dabei ja wenn wir dann den nächsten tag erleben in diesem sinne tschüss bis zum nächsten mal